ja hallo wir kriegen ja häufig im internet tabellen angeboten im pdf format und wenn wir in excel damit weiterarbeiten wollen dann stellt sich die frage wie kriegen wir das umgewandelt in das excel format nun ich möchte hier ein kleines programm vorstellen den pdf to excel converter den können wir kostenlos im gegensatz zu anderen konvertern runterladen ich gehe dazu in den browser wir googeln mal nach pdf to excel converter und dann nehmen wir hier diesen treffer bei chip.de wenn wir das uns runterladen wir kriegen hier noch ein hinweis dass wir uns registrieren können oder die software gleich runterladen das mache ich wir haben dann das programm wie auf dem desktop starte das jetzt mal und dann haben wir die möglichkeit hier eine einzelne datei dazu zu fügen oder im ganzen ordner ich habe mal hier eine pdf datei hier hingelegt das ist eine ganz einfache tabelle und die möchte ich jetzt von pdf in das excel format umwandeln ich starte das programm wir kriegen hier nur noch angezeigt wo wir uns eine datei raussuchen können wir können die aber auch per drag and drop uns direkt hier hinein ziehen die muss dann markiert sein dann können wir den ausgabeordner festlegen und dann können wir das auch schon starten dann sehen wir hier unten die datei wird vorbereitet und ziemlich schnell ist die umwandlung abgeschlossen wir können dann das programm hier schließen und auch den ausgabeordner ich habe das ja hier auf dem desktop zu liegen starte mal die datei dann bekommen wir hier noch eine meldung dass die dateierweiterung nicht übereinstimmt mit excel 2010 bestätige das und wir sehen die daten sind hier uns umgewandelt in excel nun müssen wir die tabelle natürlich noch formatieren hier sind zum beispiel die spaltenüberschriften nicht korrekt übernommen worden aber wichtig ist dass die sonstigen daten und zahlen hier richtig dargestellt werden in excel wie ich finde ein nützliches programm ok